Jo, willkommen zurück, Leute! Nein, das war keine Katze. Das sieht aus wie eine Katze. Schöne Kuh. So, wir sind unterwegs nach Tallenberg, da wir da noch einen Auftrag haben. Denn ich habe mir gedacht, ich will eh lesen lernen. Ich weiß ja jetzt, dass es in der, in dem Büro... Büro, Haus, Restaurant, Essenskammer, was auch immer es ist. Von dem... Warte mal, komme ich nicht hier leichter dahin? Von dem Vogt... Da kann ich mir hier oben langlaufen. Ist so viel einfacher. Von dem Vogt, ähm... Dingen skippt. Bücher ohne Ende. Das heißt, es wäre ja blöd, wenn ich nicht vorher lesen lerne. Dann kann ich da nämlich lesen skillen. Und brauche die Bücher nicht Millionen Jahre mit mir rumzuschleppen. Oh, eigentlich nur Tollkirschen erst mal. Den Rest können wir später zusammen... Von dem Rest gibt es auch unheimlich viel, ne? So... Was mich mal echt interessieren würde, ist... Achso, ich wollte mal geguckt haben, was das Ding hier... Ist mir auch aufgefallen, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Okay, Agilität 4, Stärke 3. Den Bogen müsste ich ja eigentlich super beherrschen können. Weil das hat immer gewisse Voraussetzungen. Bestimmte Stärke, bestimmte Agilität. Ich glaube, bei den Schwertern... Na, hier können wir ja mal gucken. Neidigung, Gewicht, Preis... Steht das bei denen nicht? Okay. Okay, dann hat das... Äh, Mindeststärke 3, hier steht es ja. Also hier braucht man nur stärker. Beim Bogen braucht man stärker und Agilität. Da muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen. Damit man den Bogen vernünftig halten kann und ich krumm schieße wie bescheuert. Obwohl das trotzdem relativ schwierig noch ist mit dem niedrigen Skill. Schau mal einer an. Wir kommen ja am Dingens vorbei. Lalalala... Sieht ja gerade keiner. Na? War aber knapp. Oh, hier ist eine Schaufel drin. Das ist alles getragen und... Oh Gott, das gibt es ja nicht schon wieder überladen. Wir sind ja zum Glück noch in der Stadt. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm, di dumm. Wohl rennen kann ich die ganze Strecke eh nicht. Haben die hier keine Pferde? Alter, das gibt es doch nicht. Das ist für ein Verein hier. Guck mal in dem Haus, ob es da Pferde gibt. Dann schlibitzen wir uns einfach eins. Hier überall Hundebellen. Ich sehe nie einen. Also ich müsste eigentlich den Weg da laufen. Ich weiß, aber ich laufe jetzt mal kurz hier rum, da mich an dem anderen... Ja, das ist bloß eine Scheune. Da wird es kein Pferd geben. Gut. Ich glaube nicht, dass hier einsam und alleine im Pferd rumsteht. Komische Geräusche, echt. Höhe da hinten. Hm, wo sind wir denn hier? Gott, ich bin einfach zu neugierig. Ich bin einfach zu neugierig. Okay, nichts. Absolut nichts. Nichts. Das darf mir bloß kein Bandit oder so begegnen. Ich kann wieder nicht rennen. Aber da ich ja bei dem Woizek vorbeikomme, kann ich den Kram, den ich jetzt dabei habe, da gleich verkaufen. Haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Das Wandern ist des Müllers Lus. Das Wandern ist des Müllers Lus. Ich kenne den Text leider nicht mehr weiter. Gott, als Kind muss ich das blöde Lied mal auswendig lernen. Und heute kriege ich nur noch den Referent zusammen. Und den auch nie mehr ganz. Traurig, oder? Aber das ist, wenn man so verflucht lange keine Lieder mehr gesungen hat. Und schon gar keine Kinder und Wanders und was weiß ich, was man früher im Ferienverein und so ein Kram alles gemacht hat. Ist weg. Alles weg. So, wir können ja mal Steine zählen. Ah Gott. Hätten wir mal ein Gameboy mitgenommen. Ein bisschen Super Mario unterwegs gespielt. Oh, Ringelblumen. Bin sowieso überladen. Da macht das den Kohl auch nicht mehr fett. Oh, herrlich. Genießt die Landschaft. Später werden wir dann noch schnell reisen, dass sie eh schon kommen. Gucken wir uns das jetzt mal schön an. Können wir die Karte ein bisschen dabei aufdecken. Jetzt muss ich mal eben gucken. Nee. Oh, wird windig. Es wird schon wieder Regen. Ja, was klappern. Also die Geräusche. Ich spiele echt. Also. Ich hätte Hand und Shoulder nicht spielen sollen. Weil hinter jedem Geräusch denke ich jetzt, es ist irgendwas. Ich erschreck mich auch jedes Mal zu Tode, wenn man durch den Wald hier geht und einen Raben aufschreckt. Hier muss ja man jetzt dann noch irgendwann mal runter zum Fluss gehen, zum Wojcik. Also ich spreche den jetzt einfach mal so aus, ja? Bitte verzeiht mir, wenn es falsch ausgesprochen ist. Und die Leute, die diese Sprache beherrschen, wo das herkommt, bitte nicht böse sein, ja? Wenn das vollkommen falsch ausgesprochen ist oder wenn ich den Namen auch noch falsch abgelesen habe. Aber ich nenne den jetzt einfach Wojcik, weil mir gefällt das. Ne? Ne? Immer schwierig zu treffen hier. Ich nehme nicht alle mit, also keine Sorge. Aber wenn ich hier so ein paar auf dem Haufen stehen sehe, greife ich mal zu, ne? Gucken. Ich laufe... Nicht am Wojcik. Wo laufe ich denn hin? Wo laufe ich denn? Na gut, okay. Ich sehe da einen Zaun, dann laufen wir da. Ich bin völlig falsch. Egal. Da ist ein Haus. Vielleicht gebe ich da ein Pferd. Ich muss... Oh, Neuhof. In so einem Dorf wird es ja wohl ein Pferd geben, oder? Hier nehmen wir ein paar Mohnblumen mit. Neuhof. Wer lebt denn hier in Neuhof? Leute, alle eure Pferde bitte rausstellen, damit ich mir jetzt aussuchen kann. Ich bock's mir auch nur aus. Wenn ihr lieb seid, bringe ich's auch wieder zurück. Oh, ist das hier... Ne. Was gibt ne Pflanze, die so ähnlich aussehen, ne? Die man sammeln kann, irgendwie... Gott, wie hieß denn die? Nicht dieses Ein-Auge-Ding? Ich laufe jetzt einfach mal rein. Die Schweine haben wir ausprobiert, Kühe haben wir ausprobiert. Kann man alle nicht rein. Hier wird doch wohl irgendein Herr Pferd haben, verdammt. Was ist das da hinten? Boah, das ist völlig falsche Richtung. Da laufe ich jetzt nicht hin. Oh, da gibt's Leute. Und es fängt an zu regnen. Klasse. Schnellreiseort entdeckt. Das ist doch schön. Hier ist so ein Bildstein. Bildstock, okay. Wilhelm... Okay. Oh, ich seh ein Pferd. Ich seh ein Pferd. Wer bist du denn? Dorfbewohner stehlen. Wer bist du? Dorfbewohnerin. Ja, ich brauch ein Pferd. Und hier steht eins. Oh, da steht man so ein Feld. Das ist ja noch besser. Da stehen ja ein paar auf dem Feld. Aber mit Sattel wäre schon irgendwie cooler, ne? Mal gucken, ob das da... Alter, kann ich mir hier eins einfach mitnehmen? Gehört das dann mir? Da rennt eine Wache rum. Ganz toll. So, Geschwindigkeit, Kapazität, Mut. Gut. Habe ich jetzt noch keinen wirklichen Vergleich? Warum kommt der jetzt hier runter? Hoppa. Na? Lässig, oder? Ach, tschö. Mal grüßen tun die. So, mal warten, bis der ein Stück weg ist. 310, 314, 244. Aber das hat einen Sattel. Schauen wir das hier. Oh, ne Kiste. Kiste, Kiste. 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 Wow. Masure kriegt den Hals nicht voll. Und noch ein Pferd. Aber dann nix nicht weg hier. Ich bin zu überladen, um aufzusitzen? Ich muss mal ganz kurz ne Pause machen. So Leute, da bin ich wieder. Ah, da muss ich mal kurz ans Telefon. Ähm. Ich kann nicht aufsitzen, weil ich überladen bin. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist irgendwie neu reingepatcht. So, was, was, was brauche ich denn von dem ganzen Kram nicht? Was habe ich denn überhaupt eingesammelt? Kann ich nicht irgendwas in das Pferdeinventar packen? Ja? Ne, ist doch nicht meins, ne? Gefährden. Ich gehe bitte so schwer. Warum was dabei? 172. Enker ist denn hier so hellisch mehr? Also das Zeug hier ist nicht so schwer. Waffen. Gewicht 3, 3, 3, 4,5. 9. 12. Ey, das verstehe ich nicht. Wie kriegt der 172 zusammen? Mit dem bisschen hier. Da liegt das an dem Pferd, dass das nicht so viel tragen kann. Was hat das denn in der Kappe? 244. Sollte hier vielleicht mal rausgehen. Boah, jetzt bin ich aber echt langsam. Ich probiere das mal mit einem der anderen Pferde. Wenn ich hier denn irgendwie reinkomme. Wahrscheinlich kann ich auch nicht über den Zaun. Oh doch. Ach, das kann er. Oh, da kann er sich noch federleicht drüber schwingen. Das geht. Aber ich komme mit dem Pferd hier nicht raus, ne? Sehe ich das richtig? Ah, da unten ist kein Zaun. Park, Alter. Jetzt habe ich hier Pferde. Ach Gott. Ja gut, dann müssen wir halt doch etwas davon weg tun. Patsache. Du bist zu überladen, um es mal aufzuhören. Das kann ja nicht wahr sein. Gut, dann tu mal was in die Kiste zurück. Sie ist ja jetzt offen. Was war denn da drin? Die Äxte an so einem Kram, ne? Dornenkeule zurück? Das ist ja meine. Herrgott. Hand dran. Verdachtung, ob es behalte ich. Was ist denn hier das Schwerste? Könnt ihr mal aufhören, jetzt immer so einen Unsinn zu erzählen hier? Wo rennen die denn alle hin? Wer ist da? Als ob du mich nicht sehen könntest. Es regnet doch bloß. Wo will die eigentlich mit dem Eimer hin? Egal. Geht das jetzt? Oh, jetzt geht's. Ach. Alter, wegen dem bisschen Gewicht. Kampferd. Ich hab nen Gaul. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Neuhof. Gott, verdammt. Wo war denn der Kerl? Ich muss erst das Zeug loswerden. Das heißt, ich muss zurück. Ich glaub, hier unten ist der, ne? Kann ich mir hier irgendwie einen Wegpunkt hinsetzen? Marker X. Weil, ne? Sonst, ich muss ja da die Wappenröcke und sowas holen. Geh nicht mit. Oh, reiht mal einfach hier runter. Weiß, welcher Weg ist denn hier jetzt der Beste? Hier, der Weg wäre der Beste. Durch den Wald, ja. Oh, ist das angenehm mit so nem Gaul. Herrlich. Herrlich. Jetzt fängt's aber an zu schütten. Oh, Sputen hier. Ein Hexenhäuschen. Aufm Rückweg. So. Weiß eigentlich einer, könnte mir mal in die Kommentare vielleicht schreiben, was das hier bedeutet. Ich mein, da die ja alles so ziemlich real umgesetzt haben, wird das ja wohl mal irgendeine Bedeutung gehabt haben. Oder vielleicht heute noch irgendeine Bedeutung haben. So, was für Zweige da. Heißt das irgendwas? Hier, keine Ahnung, Jagdgebiet? Irgendeine Markierung von Jägern? Oder? Es ist ja ne Markierung, das sieht man ja. Das ist ja von nem Menschen dahin gehängt. Vielleicht kann mir das ja einer in die Kommentare schreiben. Du hast Rataia-Wälder entdeckt. Juhu. Ja. Mal gucken, was hat der Gau so drauf? So. Ja. Tja. Wie Autobahn fahren. Nur fliegen ist schöner. Hallo, Wojcik. So, X. X, ich drücke mal E, das ist... Gewohnheit einfach. Hallo. Danke fürs Essen. Schön, dich zu sehen. Hört, hört. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir dann machen können. Jetzt wird Kasse gemacht. Achso, stimmt. Die Waffen hab ich zurücklegen müssen. Hier war auch nichts Rotes. Ja, okay. Den Schnaps behalten wir. Ach. Na egal, ich verkaufe den Kram jetzt. Eben waren da überall noch, ne? Pferdeleder. Schraubsleder. Ich weiß nicht, ob man das Zeug für irgendwas brauchen kann, aber ich verklopse es jetzt einfach. Oh, guck mal, Wildschweinleder haben wir auch. Das gibt's nicht. Ich bin immer noch überladen. Cool, ja. Schaufel, alter, warum ist denn die Schaufel so schwer? Das bisschen, was ich dabei habe, das ist irre. Ich brauche so dermaßen viel Stärke mehr. Wie viel Sattheit haben wir denn? Soffen wir uns den ganzen Kram gleich mal rein. Hier, das kann ich verkaufen. Das trinke ich eh nie. Ich brauche nie. Besoffen ist scheiße. Den Kiswein trinken wir auch nicht, wenn dann nur edlen. Hey, wir sind ja was besonderes. Sachen brauche ich noch. Waffen. Was ist dabei? Ach, die alten Stiefel können wir mal verkloppen. Kriegen wir zwar nicht viel für, aber ist ja egal. So. Gott, das vergesse ich jedes Mal. Was kriege ich denn jetzt dafür? Ich erhalte 63. Ja gut, das ist mit dem Pfeilschen. Lassen wir erstmal. Jetzt bin ich immer ganz überladen, aber immer noch überladen. Wow, Wahnsinn. Das gibt es doch nicht, ey. Ein paar Blumen, die ich eingesammelt habe. Toll, jetzt flippt die alte da bestimmt. Das sieht bestimmt aus, oder? Nee. Doch. Vielleicht doch. So, weil ich das Pferd geklaut habe. Was ich ja sowieso schon geklaut habe. Womit die ja gar nichts zu tun haben. Unglaublich. Na ja, gut. Jetzt auf zu den Wappenrücken. Aber, das machen wir in der nächsten Folge. Was wir eigentlich diese Folge schon geschafft haben wollten, aber wir haben ja einen leichten Umweg gemacht. Dafür haben wir jetzt ein Pferd und ein paar Sachen verkauft und oben eine offene Kiste, wo noch was zu holen ist. Aber ich will erst die Wappenrücken lesen und auf dem Rückweg können wir über den Neuhof reiten, das Zeug noch mitnehmen hier vorbei und den ganzen Kram auch wieder verkaufen. Insofern ich nicht wieder so dermaßen überladen bin, dass ich gar nichts mehr kann. Also nicht mal mehr aufs Pferd komme. Ja. Aber das ist alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.